Ich sage es keiner Sterbenseele. Ich muss in das Penthouse kommen. Vielleicht, wenn ich meine Katzen wie Agility benutze, der Vorma bietet die Kralle ein Tiger nehmen machen wir das mehr die Eier schaue ich glaube dieses Spiel ist dieses Spiel ist auf mich er war in die Abwehr 3 der Garten die Gertag okay okay ich schaue ja ich schaue ja ich glaube dieses Spiel ist wirklich für mich die in Füge für mich gemacht denn wenn ich nicht weiterkomme dann meldet sich der Tod kann ich ein bisschen hier das habe ich schon gekauft oder spielversorgung auch da kann ich was neues erhöht deine Gesundheit um 25 Prozent erhält für jeden Tag dafür Gesundheit Lange bei ihm sonst einen kredischen Treffer New York erhält für ihn sind und so sind nun Momentum ach bist du nicht genug money leider nix für mich dabei oder hier also kann ich kaufen DP-Belohnung für Kills um 100 neue Momentum Angriff aber ich habe nicht genug Geld oh ja manno warum hast du mir das gesagt Deadpool wenn die doch nicht genug Geld haben manno hatte ich ja zuvor Freude wieder war Trump oder ne also hier Wupp äh oder doch nicht Deadpool hilf mir mal ein bisschen ach so da okay gut alles klar folge dir einfach den Punkt das ist die Krümelsprobe bei Hänsel und Grete die führt zum Ziel hoffentlich nicht zu einem Knusper obwohl Deadpool kann dir die Hexen natürlich hier eins drüber ziehen und dann hm guten Appetit Lass mich gerade einfach die Tür benutzen anscheinend nicht nope ah da okay wupp und wupp und haha und hihi und hoho und haha gut perfekt dankeschön ja tu mal lieber die Brotmesser wieder einpacken ich glaube die Brotmesser sind immer noch geblieben natürlich warum solltet ihr die auch die Luft rauslassen wir hatten ziemlich starke Pumpte das hält schon ne Zeit lang Deadpool macht dir keine Sorgen Munition voll low das ist doch egal dir steht einfach jedes Outfit so alles klar also abbrechen Entschuldigung mein Fehler und halte mal getrückt gut okay links halt ist ruhig rechts halt ist ruhig Planänderung hier gibt es eine prima Abkürzung zum Penthouse lass es krachen natürlich das mache ich doch gerne oh ein TV-Studio ich dachte immer wir würden eine große Realität-TV-Show Chance White wird in den Händen Super 6 Pot Merchandler Torian 11 Jup AYAYE Ich muss noch ein bisschen das Kämpfen üben zum Beispiel dass ich mich zu viel teleportiere JOW Oh das solltest du nicht tun gesammelte Tacos 20 von 100 Sagt dann kann man hier Tacos sammeln Tacos ich hab noch nie Tacos gegessen ich würd's aber gern mal probieren die sehen ziemlich knusprig aus mhm keine Ahnung warum nicht die Kamm und ist tut mir leid falls es jetzt rassistisch rüberkommt oder hier ich kann es nicht unterscheiden hier mit Brasilianisch Mexikanisch Oh Heavy wow wa du willst blüten ich seh es doch wa schack ok was was zack 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 vorsicht nicht hinter meinem Rückenfreundchen der wird scheibe geblieben ich kann ich mit dem Controller kann ich doch nicht gut schießen was war das der Täter Zitat was so hingewibelt wie eine kleine Ballerina der Pugel aber nur der Hammer Schaar aber an der eine Witzel und deine Sprüche ich liebe sie auch ja und wenn ich ihn in die Finger kriege das ist am besten aus dem Schiff hohen zu meinen Füßen er wurde auch durch Menschenfleisch lässt es uns herausfinden er muss in die Typen der Wurst wer das ist gesagt abdachos die holly Partos will liebten keine Tacos Welt schießen da auf mich am liebsten würde ich an Deckung gehen und schießen aber das bringt nicht viel ja auch wow ne 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 du pass mal auf wow ne du wow wieder ein Momentum Momentum wow das hast du nicht kommen gesehen was und das ist auch nicht die seht ihr gar nicht sie habt die Maskenaugen und Brillen die eure Sicht beeinträchtigen wow was war das denn oh ok das ist hilfreich während einer Kombo kann ich einfach Verstärkung Verstärkung wow während einer wuuuuh während einer Kombo kann ich einfach zu den Schusswaffen wechseln das ist ja praktisch und dann zielt er oft auf die Gegner zack 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 eeeh ich glaube der wird dein Ernst auch nichts mehr bringen wenn schon eher der Leichenbestatter wo 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 ah das war eine super Aufnahme das wird wirklich hier den Emmi hier ins Hause bringen na wer hat doch nicht wer will nochmal diesen Wopala wer kommt denn da wow du kannst auch gerne einen Nachschlag haben wow uuuuuh wii Tacos Tacos alle meine Tacos Steht doch nicht einfach so betröppelt da tu doch was yeah yeah die Kummers muss ich ein bisschen hier besser rankriegen wow shop da 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 wow 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 naja sie tun ihr Bestes aber ihr Bestes ist auch nicht gut genug so sieht es doch aus juhu ich habe eine neue Verbesserung was haben wir denn da uuuuh für die Waffen haben wir was Neues was haben wir denn erhöht die Feuerrate plus zwei Kugeln was könnte ich denn nehmen was habe ich denn alles 10.000 ah yes fünfte Prozent Schaden Ausgleich neuer Momentum Ausgriff NLB neue Konter B gezogenen Waffen neue Schusswaffen Kater 10x xy Neue Niederschläge hilft an die Gegner mit Bistolen zu bohnen du brauchst Kohlekumpel okay ich kann mit denen ach so das ist wahrscheinlich wenn ich wenn ich irgendwie zwischen Waffen und dem ähm dem Schusswaffen wechsel hinter dir vor dir pass mal auf freundlich und du musst schon wach sein wenn du hier arbeiten willst äh da hoppala ich denke die haben mich gesehen die haben mich gesehen ja die ich denke die haben mich gesehen wo geht's denn hier lang wo geht's denn hier oi oh meine Takos Fortschritt gesammelte Takos was sind die Takos ach Takos in einem Level oder was verstehe mhm kann mir ja nur sagen wo es hier lang geht ach so hoch hier außen rum woop zack zack ja das schon mal gesagt aber der Spruch ist immer noch gut muss ich sagen es hat schon eine Würstchen wenn du es aus seriös Backup äh oh du denkst du bist großartig Deadpool du bist nicht schade ich habe gefährliche Freunde Leute die dich du bist aus der Liga ich bin gleich tot oder oh oh ja ich bin gleich tot äh kurz mal gezittert ich sage es keiner Sterbens Seele außer meinen ganzen Zuschauen hier aber das musst du schon verstehen ok key du bist aus der Liga jetzt given die khaliber die 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 sie die 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 Ich muss meinen Skeptikern vergessen! Wissen Sie, was das Beste ist? Du denkst nicht, dass du es machst! Ich fühle mich almost schlecht! Doch! Sie haben keinen Scheppern! Ich habe den Scheppern! Ich habe den Scheppern! Ihr habt den Scheppern! Die sind dann so, was ich gewöhne! Halt doch, wie ein Scheppern! Ich hab ihn! Das ist so, wie ein Scheppern! Wie ein Scheppern! Aber was denn? Die Klingen dann rar? Natürlich! Komm doch mal, Hanna! Mein Schmerz! Mein Schmerz! Wupp! Deckung! Häh! Ich... Bombe! Also da war jetzt keine Bombe, da war keine heiße Frau. Und ich bin besser, denn... Yeah! Wenn du sterben, versuchst du es gut zu sehen! Ich könnte es auf die Erde legen! Wupp! 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 Was? Den Kopf oder deinen Verstand? Ich hasse es auch zu warten, besonders beim Teleportieren. Ah, blödes Sofa aus dem Weg! Wow! Wupp! 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 Pass einfach, dass er zu allem hier Pommes, Kartoffeln, Fühlstäbchen. Hey, hey. Ach, redet er von tot? Weil er fragt, Süße, was machst du denn hier? Wahrscheinlich. Woh, woh. Sack, zack. Woh. Woh. Yeah, yeah, yeah. Woh, woh. Aber ich werde besser, ich werde besser. Woh, ha. Woh. Jetzt meißen wir mit Bomben. Vorsicht. Oh. Damn, das tut mir weh. Im Herz tut mir das weh. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, wir würden mich lieben. Nein, du hast mich erlaubt. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Momentum. Woh. Alter. Hä? Hä? Ah. Oh, das wäre knapp, das wäre knapp. Sommer, 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 Sommer. Okay, 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 ich probiere mein Bestes hier. Hallo. Ich hatte auch noch nie eine Schusswaffe so in der Hand. Ich bin das nicht gewohnt. Oh. Oh. Ha. Oh, boah. Oh. Ha. Yes. Oh. Du bist ein Scheiß. Ich habe gefährliche Freunde. Menschen, die dich enden. Du bist jetzt aus der Liga. Given das Kaliber der Leute, die du jetzt anstellt hast, musst du meinen Skeptisismus vergeben. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Mach mir einen Kaffee auf deinem Weg, hm? Ich werde warten. Ach, ich soll ihm auch noch einen Kaffee bringen, weil seit wann bin ich hier denn sein Zimmermädchen? Das wird ja immer schöner hier. Diese Bosse, diese Mafiosos können sich ja nicht alles erlauben hier. Ich bin ein... Was bin ich eigentlich? Ich bin kein Superheld, ich bin kein Schurke, ich bin... Ich bin Deadpool. Komm her. Meine Schurke, meine Schurke, meine Schurke, die ich habe! Oh, du hast einen Hai. Ich habe zwei Stimmen in meinem Kopf. Wie willst du denn das denn schlagen? Ey, Leute, ich rommel hier ins Schwitzen. Ich hole mich gerade mal aus. La-la-lö. Na. Schießt eure Munition einfach weg. Wuh. 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 Wenn ich dich kacke, hast du nicht... Hast du nicht bledet? Wie er das sagt? Ich liebe es. Ich liebe diese Stimme. Okay. Oh. Und? Momentum. Yes. Komm schon. Ja. Ja, 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 ja. Ist noch ein Typ da? Da drüben ist er. Komm mal her, Schnuggi. Schnuggi, komm mal her. Komm mal her. Oh. Oh. Yeah. Du siehst gut auf der Kamera, aber du wirst besser tot sehen. Okay. Hm. Schöner Wasserfall. Jut. Diesen Teil habe ich erstmal überstanden. Da goes. Ah ne. Das ist für Momentum. Jut. Hä. Okay. Wo geht's lang? Ah. Oh. Punkte. Ja, die will ich auch nicht verpassen hier. Eieieieieieieieiei. Zum Glück kann Deadpool nicht unbedingt sterben, also wenn er sich selbst teilt. Dein Anzug hat noch ein bisschen Schrammen, aber naja, ein bisschen Fernservice für die Frauen ist ja auch immer was Schönes, du weißt, was Ding dem weiblichen Geschlecht gilt. Tagchen. Woh, woh. Konto. Ähm, nö, ich würde eher sagen, der Putter sieht tot aus. Ja, genau, tot. Ich habe schon mal tote Leute gesehen. Das ist ein toter Typ. Und der soll aber das Mikrofon abnehmen. Hm, schon wieder draußen. Auf dem doch, für etwas Spaß. Du weißt, es ist auch unser Haus. Oh, yeah. Nicht mal hingeschaut, Leute. Nicht mal hingeschaut. Sollte ich das vielleicht nehmen? Habe ich noch nicht. Sollte ich hier das vielleicht machen? Zwei Kugeln. Schaden. Neue Waffen. Neue Waffen. Neue Konter. Bepa gezogenen Waffen. Alles klar. Neue Schusswaffe. Kater. 10 mal X oder Y. RT. Ah. Moment, das muss ich mal probieren. 2, 3, 8, 8. Ne, keine Ahnung, was das macht. Das muss ich im Kampf ausprobieren. Und bewegen. Aufwärts bitte in die Einkaufsetage. Wöpa. Da wird doch nichts passieren, oder? Ich hoffe nicht. Ich hänge an meinem Leben. Wöpa. 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 Zack. Gibt es da drin was? Oh, Punkte. Na, zum Glück bin ich reingegangen. Oh, golde Punkte, oder? Sind das golde Punkte? Mh. Na, das gefällt mir doch. Wohl. Teleportieren. Wie? Wir können uns ja gerade noch retten. Kann ich vielleicht schießen? Weg da. Tun wir hier nicht die schöne Aussicht. Vermasseln. Springen und halt der A getrückt, um uns voranspringen zu klettern. Ah, okay. Gut. Dankeschön fürs Erklären. Und nach oben geht's. Nach oben, okay. Geht's. Holy shit. Niemand kann aufhören. Ja, wie zum Beispiel. So, meine... Alles klar, meine Damen und Herren. Im nächsten Teil werden wir uns hier an jemanden anschleichen, um ihn wieder Stealth zu killen. Ja, wir sind gleich oben. Der Boss wartet auf uns. Werden wir ihn erledigen. Wir finden uns gemeinsam heraus beim nächsten Teil von Deadpool. Ja, ich bin ja leise, Deadpool. Also, was euch der Parade gefallen hat, lasst es mich bitte wissen und wir sehen uns wieder. Tschüss. And goodbye. Ja. Shhh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017